UNTERTITELUNG 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 Der Kompliment, der sich auf jeden Winkel hat, ist, dass du bist wie Fidel Castro zu meinem Bord und Kaskettel bist. Die Amerikaner sind nicht lieb, die Amerikaner. Ich weiß nicht, was sie tragen wegen Amerikaner, weil sie nicht gegen Frankreich oder europäische Länder, kapitalistische europäische Länder, aber die Vereinigten Staaten nicht lieben. Das Ziel ist es, dass sie mit verschiedenen Bordern, mit Bildern, mit Touristen und Bildern.